Einen wunderschönen guten Dach zusammen, wie man glaube ich ja unschwer erkennen kann, gehören einfach Access Points irgendwie hierzu und wir haben mal wieder ein ganz neues, ein ganz tolles neues Spielzeug bekommen. In dem Falle ist es jetzt einfach mal ein 918R, also etwas für draußen, aber ganz ehrlich, da will ich erstmal gar nicht mit euch drüber reden, sondern wo ich mit euch drüber reden will, ist erstmal, was können die Dinger? Und ich habe das einmal gesehen und nachdem ich einmal gesehen habe, oh, dann ist ja gar nicht die übliche Draytech Oberfläche, das ist ja mal ganz was Neues und sogar Hot Shit und das will ich euch jetzt gerne mal zeigen. Ich habe den natürlich aufgebaut und alles Default Config, also ich habe nichts eingestellt, allerdings ich muss euch sagen, wir werden hier bedient von vorne bis hinten, alles was das WLAN Herz oder Access Point Herz begehrt und yes. Also lasst uns mal schauen, also wie gesagt, lasst euch erstmal nicht ablenken von dem R918 oder 918R, die Kiste, die ich hier habe, die ist sozusagen für draußen und die selbst die Werte für draußen Geräte mit wie viel Sonneneinstrahlung und tralala, wasserabweisend IP sowieso wert sind beachtlich, auch irgendwie mit bis zu 70 Grad und minus 40 Grad draußen oder sonst was kann dieses Ding, aber das waren auch die letzten Worte jetzt gerade eben dazu. Denn sonst, die Software ist nämlich gleich bei den Teilen und da gucken wir nämlich jetzt einfach mal rein. Ganz logisch, dass die Kiste ganz normal Access Point Mode kann, ganz natürlich, dass die Kiste mit den Vigor Routern natürlich mit so einem Access Point Management und sowas kann, das zeige ich euch immer in einem anderen Video, jetzt gehen wir erstmal nur auf den Access Point ein. Ihr seht ja auch schon, die Kiste hier, die rufe ich direkt auf, also das heißt, diese Oberfläche, die ist direkt auf dem Access Point drauf, nicht wieder irgendeine Schummelsoftware oder sonst was, nein, direkt auf der Kiste drauf. Gut, was haben wir natürlich, logisch, wir haben Access Point, wir haben die typischen Mesh Root und Mesh Node Methoden, da könnt ihr so ein Access Point der Chef spielen, ohne dass ihr zum Beispiel einen Vigor Router noch da habt. Oder halt ganz normal auch einen Range Extender, manchmal ist das einfach von Nöten, aber ganz ehrlich, wenn man sich so ein Hightech Ding holt, muss man dann da raus einen Range Extender machen. Ich sag mal so, wenn das Ding rumliegen sollte in vier Jahren oder sowas, weil es WLAN 12 gibt oder sowas, ja dann vielleicht, aber dann hat man halt eben auch die Möglichkeit, um das mal so zu sagen. Wir bleiben natürlich einfach mal in diesem Access Point Mode und wir gehen hier auch nicht in diesen dusseligen Wizard rein, sondern wir sagen einfach Cancel und landen dann erstmal, na, landen wir überhaupt gar nicht, wir gehen einfach mal aufs Dashboard und landen dann ganz normal auf dem Dashboard. Und das ist das, was ich gesehen hatte, wo ich sagte, ach, warte mal, oh, oh, Draytec kann auch anders und ja, Draytec kann auch anders. Und wir sehen jetzt schon, wir haben direkt einfach mal ein Dashboard, wo wir einfach mal sehen, was geht auf der Kiste ab. Ich habe das Video extra mal so gemacht jetzt, dass wir das Ding in Blank sehen. Ich werde jetzt gleich mitten im Video mal eine Unterbrechung machen von einer halben Stunde und meine Endgeräte hier mal mitnehmen und man auf den Dingern mal ein bisschen Vollgas geben. Denn wir können nämlich auf den Teilen super, super viel sehen, wenn wir jetzt einfach mal durch diese ganzen Menüs durchgehen. Ich glaube, Dashboard brauche ich euch nicht viel zu erklären, Overview, wir sehen so ein bisschen Client Activity, wir sehen sogar überall immer mal ein paar coole Graphen und so weiter, die einfach für unser menschliches Auge super, super wichtig sind. Ich sehe, wie viele Clients Traffic, ihr seht ja schon, überall steht 0 MB. Es ist einfach ultra geil, was ich einfach aus dem Access Point schon so ohne irgendwelche Software, ohne zentrale Management Software einfach so rausbekomme. Und das ist das, was mir gefällt, weil häufig der normale Benutzer, du, wir, ihr, sie, es, wie auch immer, braucht vielleicht sogar nur einen oder zwei und braucht dieses ganze zentrale Software-Defined Networking nicht. Und derjenige hätte trotzdem gerne so eine Oberfläche und die bekommen wir jetzt hier. Deswegen lobe ich die so gerne, weil das nämlich ganz, ganz häufig gefragt wird. Also lasst uns einfach mal durchgehen und da werden wir jetzt sehen, wir haben hier Funktionen in Hülle und Fülle und wir bekommen auch das, was wir hier kaufen. Wir kaufen hier ein nahezu Enterprise Produkt und das kriegen wir jetzt auch. Hier sehen wir schon, fängt direkt an, IP-Adresse für unsere Geräte, unsere Geräte-Management. Wir können hier sogar ein Management-WLAN einhängen, DNS-Server und so ist jetzt nichts Besonderes. DHCP-Server, ja, geht auch, aber gut, muss man sich überlegen, ob das für einen zu Hause das Richtige ist, dass die Kiste DHCP macht. In meinem Falle bleibt es jetzt einfach so, ich habe es jetzt einfach gar nicht ins Management, also ist schon mein Management, aber ich habe es einfach nicht in mein Management-WLAN reingekloppt. Gut, das ist jetzt direkt schon der erste Punkt, der ein bisschen spezieller wird. Hotspot, Webportal, logisch, wenn man irgendwie Hotel oder sonst was halt eben mit den Dratick-Routern ausstatten möchte oder was weiß ich was für Public-WLANs geht natürlich auch. Wir haben dann ein Webportal, was die Benutzer angezeigt bekommen, wenn wir ganz normal, ja, Gästen irgendwie unser WLAN anbieten. Der Punkt, den will ich natürlich überspringen, weil dazu will ich ein eigenes Video machen, weil das wird natürlich wieder ziemlich geil, weil nämlich auch Dratick, das sind die einleitenden Worte dazu, weil nämlich Dratick auch dieses ganze Central Management von den Access Points über die zentralen Router hinkriegt, also über die Vigor-Router, die ich da habe. Und gucke ich mir selber an, will ich euch aber gesondert zeigen. Lasst uns jetzt erstmal zum Wichtigsten, glaube ich, übergehen. Ich glaube, so ein Access Point macht, ich glaube, der macht WLAN, ne? Ja, da sind wir ja schon. Wir sind im WLAN drin. Eine kleine, bittere Meldung habe ich. Vielleicht kann das sogar manchmal für den einen oder anderen ein kleines K.O.-Kriterium sein. Aber sind wir mal ehrlich, nicht viele können es. Wir sehen hier, wir können hier vier SSIDs einrichten. Und ich sehe hier nirgendwo einen Button mit, gib mir bitte mehr. Nein, wir können scheinbar nur vier einrichten. Das wollte ich aber auch mal vorher sagen. Und scheinbar haben wir ein Limit von 128 Clients. Scheinbar. Ich will es nicht sagen, dass es vielleicht sogar mehr geht, aber das steht zumindest da und ich kann euch nur das sagen, was ich halt eben im Endeffekt sehe. Gut, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Die typischen Standardfunktionen sind da. Ich kann es sogar limitieren auf die Clients. Können auch nicht so viele. Ich kann den Mode einrichten, ich kann den Channel einrichten. Das passiert halt eben aber auch automatisch. Ich kann die Channel, blah, 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 extension Channel einrichten. Auto Select. Was ist denn, wenn ich hier was auswähle und dann kann ich hier den Extension Channel wählen für den Channel, den ich gewählt habe. Ich lasse das natürlich auf Auto Select. Aber interessant wird es nämlich jetzt schon hier. Wenn wir nämlich hingehen können und bei jeder SSID einzeln sagen können, isolate LAN und isolate Member. Für die, die es nicht wissen, ach ich glaube, da steht es sogar in der Beschreibung. Also isolate LAN heißt einfach nur, ich kann den WLAN-Client von meinem LAN sozusagen einfach isolieren, sodass der einfach nicht über die Brücke hinweg kommt zu meiner LAN-Schnittstelle auf dem Draytech-Router. Aber auch viel interessanter, ich kann isolate Member machen, sodass die Endgeräte, also mein Handy mit meinem, ach, mit meinem Handy miteinander im selben WLAN nicht miteinander quatschen können. Und das macht dieser isolate Member. Auch das findet man nicht bei jedem Access Point. Hier können wir es einfach aktivieren. Und noch viel cooler, auch sehr auf den Kanal passend, wir machen ja relativ viel mit Netzwerk und sowas. Man kann halt einfach für jede SSID einfach mal eine eigene WLAN-ID vergeben. Das heißt, wir können das auch alles über externe Router irgendwie steuern. Und der macht hier einfach, wofür er gemacht ist, nämlich WLAN und Access Point. Logisch, dass wir das ganze WDS hier drin haben mit MAC-Adressen und so weiter. Lasst uns erstmal weitergehen. Die Frage, die auch immer wieder kommt, kann die Kiste WPA3? Weil WPA3 ist halt einfach so ein Ding von wegen, es ist neu, man will es sehen. Es ist so ein Feature, was die Kiste halt eben haben muss, wegen Security oder sowas. Ich persönlich sage, ach mein Gott, wer soll denn WPA2 knacken? Ja, man kann da so tief Augenmerk drauflegen, aber gut, ja. Die Kiste hat das, WPA3 Personal, WPA3 Enterprise, alles vorhanden. Für die ganzen Super-Stalker unter euch, ich glaube, irgendwo steht es auch, da haben wir es auch schon, Radio-Server. Ja, wir können auch eine Authentifizierung über, wie heißen die, nicht Radius, heißen die nicht Radius-Server oder sowas. Wir können auf jeden Fall auch Authentifizierung über den Radio, Radius, ach, wie auch immer, Protokoll vornehmen, geht auch alles. Ansonsten, selbstverständlich, normale Passwort-Keyface funktioniert wunderbar. Gut, WPS ist eine Function, die habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie benutzt. Irgendwie, keine Ahnung, aber ja, haben wir auch drin, also Knöpfchen drücken und wir verbinden uns automatisch. Advanced Settings ist natürlich das, was wir alles, ja, sehen wollen. Ganz wichtig, alles das, was ich euch jetzt erzähle, gilt jetzt gerade für das 2,4 Gigahertz Netz. Das gibt es natürlich auch alles fürs 5 Gigahertz Netz, also wir gehen da natürlich nur einmal durch. Deswegen unter Advanced Settings, ihr kennt es, das sind so ein paar super spezielle Sachen. Keine Ahnung, es gibt bestimmt mal Methoden oder Gegebenheiten, wo ich das auswählen kann, von wegen TX Power. Also ich persönlich habe es noch nicht gesehen, irgendwo bei irgendeinem Access Point, dass ich auswählen kann, bitte sende doch mal bitte weniger. Habt ihr schon mal gesehen? Bitte sende mir doch mal weniger, also ich noch nicht. Eine wichtige Sache und da kommt man immer schnell drüber, wenn man über diesen Country-Code spricht. Es gibt hier sogar irgendwie so eine Reference, da habe ich eben so eine coole Matrix gesehen, mit den verschiedenen Ländern, wo man dann was machen darf. Was passiert eigentlich, wenn ich da irgendwo draufklicke? Ah ja, okay, dann steht hier etwas zu dem Land und wahrscheinlich auch, was in dem Land irgendwie erlaubt ist. Ganz wichtig, ich hatte ja einen Kontakt mit dem Kollegen von Univorx. Univorx ist die GmbH, die hinter dem Vertrieb steckt von Draytec. Und da wurde mir gesagt, mal kurz nebenbei, irgendwie diese ganzen Geräte werden natürlich auch von irgendwelchen Organisationen geprüft, damit die irgendwelche Labels bekommen, keine Ahnung. Und da wurde festgestellt, die Draytec Access Points und auch die Draytec WLANs allgemein auch an den Routern bewegen sich scheinbar auf dem Level, dass die so in Deutschland hart an der Grenze sind von dem, was man im Endeffekt darf. Das ist das, was wir eigentlich natürlich wollen, wir Verbraucher. Wir wollen das Maximum für das, was wir halt eben irgendwie an Geld oder sonst was halt eben investieren müssen. Und das bekommen wir hier, das habe ich zumindest auf der Tonspur gesagt bekommen vom Vertrieb von Draytec. Zumindest das, interessante Info vielleicht. Ob hier das mit diesem Country-Code-Verschiebung funktioniert, dass ich jetzt hier USA oder China eintrage und das Ding dann irgendwie 100 mW sendet, weiß ich natürlich nicht, aber dürft ihr natürlich mal gerne prüfen. Guckt mal hier, ich kann es sogar Channel ausfiltern. Channel ausfiltern ist im Endeffekt, ich weiß, okay, meine komplette Nachbarschaft hier benutzt überall irgendwie Channel 6. Ja, das Ding macht was automatisch und sagt, ich gehe auch gar kein Fall auf Channel 6. Aber ich könnte hier zum Beispiel sagen, geh bitte nicht auf Channel 6, 2, 3, 7, denn da arbeitet meine Spülmaschine. Habe ich festgestellt in, jetzt ich muss einmal, ich muss es euch vorher einfach mal zeigen, weil die Kiste kann geile Sachen. Ich glaube unter Diagnose gab es einen Interferenzmonitor. Da kann ich wirklich, es wird in der Beschreibung auf der Draytec-Seite oder wenn man mal so ein bisschen rumgoogelt, Interferenzen sind klar, sind irgendwelche Störungen, die irgendwo im Netzwerk unterwegs sind, auf meiner, auf meiner Frequenz, wo ich arbeite, bei WLAN 2,4 und 5 GHz und war das halt WLAN 6, ich habe es schon wieder vergessen, wo das unterwegs ist, WLAN 6, wie ich will, das war egal. Auf jeden Fall kann man hier Interferenzen sehen. Ich kann euch jetzt wenig erklären, was jetzt hier so wirklich steht und was Load und Noise, Noise ist ja irgendeine Art Rauschen oder sowas, aber ich kann hier sogar so tiefer reingucken in die Interferenzen, wo habe ich denn vielleicht Störungen und jetzt wieder zurück, ich weiß jetzt ja alles klar, auf Channel 4 arbeitet meine Spülmaschine und meinen Kühlschrank. Dann lasst uns doch lieber mal hingehen und in den Advanced Settings einfach mal Kanal 4 einfach mal herausfiltern, damit das Ding bloß nicht auf Kanal 4 geht. Egal, es ist einfach nur ein Anwendungsfall, den man einfach mal in Betracht ziehen kann, sollte, wie auch immer. Und wenn man die Option mal braucht, hier habe ich sie. Habe ich ganz, 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 ganz selten irgendwo mal gesehen. Andere Optionen, lassen wir mal aus, sonst wird das Video viel zu lang. Guckt euch halt an, googelt nach, könnt ihr euch ja hier abfonderaffiert. Copy, paste geht ja leider nicht. AP Discovery ist ja wohl logisch, man kann einfach scannen, was ist so in der Gegend los auf welchem Channel sind die unterwegs. Jetzt hoffe ich, das dauert jetzt nicht so lange. Aha, wir sehen also auch was. Ah, guck mal, TMS 2 empfange ich mit 15%, den Draytech, ich habe natürlich den Vigor noch hier stehen, kriege ich mit 84%. Da ist eine Stahlbetondecke zwischen. Und meine normalen Access Points, die ich hier habe, hier stehen sie, ne, erreiche ich nur mit 70% und die Dinger stehen nebeneinander. Scheinbar ist der Draytech Vigor ziemlich stark in dem, was er da wohl irgendwie aussendet, aber immer noch vergleichbar, brauchen wir es auch nicht drüber unterhalten. Kann man sowieso nicht feststellen, außer man nimmt alles genau auf und keine Ahnung was. WDS-AP-Status, äh, muss ich mal belegen, was das ist? Ach, keine Ahnung, gehe ich einfach mal drüber hinweg. Bandwist-Management, auch immer super, super geil. Wer es braucht, ne, wer es braucht, ne, wenn man jetzt sagt, okay, für die Kids reicht aus, wenn die nur 15 Mbit kriegen, die gucken ein bisschen YouTube und dann wartet die Sache, dann kann ich wenigstens hier vernünftig arbeiten und habe meine Videomeetings, klick, kann ich hier machen. Ich kann es einfach sagen, ich habe mir ja eben mal so überlegt mit dem Auto-Adjustment, den man hier so setzt, aber dann geht ja wieder von irgendwelchen Bandbreiten aus, wo auch immer er diese Bandbreiten nimmt, glaube ich, halte ich jetzt für keine gute Idee, man sollte lieber den Grip selber so ein bisschen anstrengen und sagen, okay, auf welcher SSID gebe ich halt eben welche Bandbreite raus. Und ich glaube, sowas mit Quotierung, das kommt nämlich auch noch alles. So, und jetzt kommen wir schon zu den filigranen Options, die wir auch nicht überall finden, aber trotzdem, ich glaube mittlerweile so bei den üblichen TP-Link, bei den großen sowieso mit Cisco und wie sind die alle heißen, Aruba und tralala, die haben wir da auch. Aber trotzdem, hier habe ich dir einfach mal die Option, ich kann es selber ein- und ausschalten, Airtime-Fairness ist im Endeffekt technologisch gesehen, wenn mehrere Geräte sich gleichzeitig unterhalten und ein Gerät ist einfach, ja, einfach schneller angebunden, um das mal so zu sagen, hat der halt eben es viel einfacher, irgendwelche Datenpakete durchzukriegen. Und mit Airtime-Fairness ist es so, dass Geräte, die einfach mal ein bisschen schlapper sind, sag ich mal, einfach mehr Zeit eingeräumt zu bekommen, um ihre Daten loszuwerden, beziehungsweise zu empfangen. Also es ist einfach fair gegenüber den etwas langsameren Geräten halt eben ihre Pakete durchzukriegen. Das macht Airtime-Fairness, das war jetzt einfach ausgedrückt. Station Control, auch cool, wenn man zum Beispiel sagt, alles klar, meine Kinder haben nur vier Stunden WLAN-Zeit. Kannst du dann hier machen? Kannst du sagen, alles klar, vier Stunden, wird jeden Tag zurückgesetzt, Sache erledigt. Mehr musst du nicht machen. Dann kannst du echt hingehen, alles klar, WLAN ist für vier Stunden für euch geöffnet und danach ist Feierabend. Funktioniert extremst gut. Und man kann sich auch die Liste natürlich auch nachher anschauen. Die ist, glaube ich, auch weiter unten drin, welche SSIDs sich heute schon quasi verbunden haben und sozusagen ihre Zeit abgebucht haben oder abgelaufen ist, wie auch immer. Das Ganze kann man hier mit Station Control machen. Habe ich so auch noch nicht gesehen, soweit ich weiß. Naja, Roaming. Ich glaube, das ist auch das, was wir mittlerweile alle haben wollen. Dann haben wir mehrere Access Points, können wir halt eben von Access Point zu Access Point, können wir halt eben switchen. Das machen in der Regel sogar unsere Geräte selber. Aber mit dem 802 11 R unterstützten Access Point einfach unsere Endgeräte dabei, diese Entscheidungen zu treffen. Ich kenne jetzt genau das Kommunikationsmodell, kenne ich jetzt genau nicht dahinter, aber es spielt auf jeden Fall damit zusammen, dass wenn ich mich in meinem Haushalt bewege mit meinen mobilen, nicht nur mobiles Smartphones, sondern auch mobiles Laptop oder keine Ahnung, weil das gibt, bewege, dass halt eben der Hops zwischen meinen Access Points oder beziehungsweise meine Knotenpunkten halt einfacher funktioniert. Und im Zusammenspiel, also nicht nur der Access Point entscheidet, sondern halt eben auch das Endgerät. Und da kommt halt eben 802 R, 802 11 R, für Roaming gehe ich mal von aus, mit ins Spiel. Und man kann es halt eben einstellen, aktivieren und scheinbar auch halt eben ein bisschen konfigurieren, ab welchen dB-Frequenz möglichen Prozenten der wirklich umspringen soll. Keine Ahnung, müsste man sich halt eben tiefer mit beschäftigen, um da mehr sagen zu können. Ist ja wohl logisch. Bei Band Steering geht es halt genauso gut weiter. Da haben wir noch mehr Kontrollen, noch eine noch höhere Kontrollschicht, die einfach auf die Bänder mal so ein bisschen schaut, 2G, 4G, was funktioniert halt eben für mein Endgerät irgendwo noch besser, was ist halt eben ausgelastet und der hier überprüft halt eben und gibt vielleicht den Endgeräten einfach mal einen Hinweis, wechsel doch mal eben bitte da und da hin, auf das und das, Channeling, bla bla bla, 2,4G, 5G und dann wechselt der halt eben rum. So, dass halt eben auch da wieder irgendwie einfach ein Lastausgleich stattfindet, denn ihr wisst, alles das, was wir immer überall sehen, ist Marketing. Letting, lasst euch nicht verarschen. Ich habe hier mal irgendwo die Seite offen, auch hier seht das ja wieder, das ist wirklich, ich muss ja auch mal lobend sagen, es gibt von Dratik auch einfach mal direkt wieder eine Übersicht, tabellarisch in groß und in allem, deswegen, wo ich gerade auch von Haus wollte, lasst euch nicht verarschen mit diesen großen, riesigen Zahlen, warte, guckt mal hier, lasst euch mal nicht verarschen, da steht jetzt drauf, zum Beispiel auch 3.600, ne, 3.600. Ja, der Ding kann keine 3.600 auf einem Kanal, was denkt ihr euch denn, nein, nur mit Channeling in 2,4G und mit 5G und was nicht alles zusammen, dann vielleicht und dann auch immer nur mit mehreren Geräten halt, ne, und da entstehen halt eben diese Zahlen auch immer wieder, die addieren halt die 2,4G mit den 5G und mittlerweile mit den, keine Ahnung was, anderen Frequenzbereichen, und dann kommen diese schönen großen Zahlen, die auf diesem Karton stehen halt eben zustande, ne, lasst euch also nicht verarschen da hingegen, bitte, tut mir den gefallen. Gut, hier haben wir jetzt nochmal die Stationlist, ne, da sehen wir jetzt nochmal, wer war von wann bis wann, hey, Kinderüberwachung, hehehe, ist für viele interessant, jetzt für mich nicht, aber trotzdem kann man einfach mal sehen und da sind wir jetzt wieder da, wo ich mich wirklich, wirklich freue, euch das erzählen zu können, einfach, dass wir hier auch einfach mal was Grafisches haben, ich sag's immer wieder, der Mensch kann einfach viel besser grafische Sachen verarbeiten, aufnehmen, verstehen, wenn das Ganze einfach bildlich einfach mal dargestellt wird und deswegen muss ich immer wieder sagen, mag ich, mag ich, mag ich, wir sehen da hoffentlich gleich was, wenn ich mich auch wirklich mal mit meinem Handy einfach mal verbinde. Eben angeteasert, wusste ich nicht, wie es heißt, Radioserver, Radioserver, hier haben wir diese ganze Authentifizierungsgedönse, habe ich noch nie in meinem Leben benutzt, noch nie gebraucht, auch noch nie ausprobiert, ich weiß immer nur, ja, macht man so in größeren Umgebungen, aber dann auch mit Zertifikaten und so geht hier auch, Zertifikat Management geht natürlich auch alles. Jetzt kommen wir zu noch ein paar mehr Funktionen, es gibt sozusagen auch einen Scheduler, damit ich natürlich ein- und ausschalten kann, von den Access Points auch immer wieder, ach, okay, mein Geschäft schließt irgendwie um 22 Uhr, dann kann ich auch dieses Gäste-WLAN wieder ausschalten, damit nachts halt eben vielleicht keiner irgendwelche Dummheiten zum Beispiel macht. Das zum Beispiel, ich habe auch extra mal nicht gegoogelt, ich habe mir nur gedacht, okay, da gibt es von Apple iOS Keep Alive, was ist das? Damit irgendwie die Connections von iOS-Devicen irgendwie up and running bleibt, dann schickt ihr die ganze Zeit irgendwelche 53, 53, DNS, äh, irgendwelche Sachen hin und her, keine Ahnung. Für die, die es wissen, ich habe extra mal nicht gegoogelt, ab in die Kommentare mit dem Scheiß. Wir haben was jetzt mit dem Wi-Fi on und off, habe ich euch gerade erwähnt. Und jetzt kommen wir wieder zu einer coolen Sache. Ich muss jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es explizit hier nur in dieser Kiste drin ist, weil das ist ja der Outdoor-Access-Point. Und das Ding zeigt mir hier sogar eine relative Luftfeuchte an. Also nicht nur die Temperatur im Gerät, also ihr müsst euch jetzt ja vorstellen, die Kiste hier steht ja draußen, deswegen sage ich jetzt mal mit Vorsicht, ob das in allen drin ist, weiß ich nicht. Die Kiste hier tut es auf jeden Fall. Die zeigt mir sozusagen die Luftfeuchtigkeit an, wahrscheinlich im Gerät, außerhalb ist ja alles verschlossen, die Temperatur an von meinem 2,4 GHz Modul. Und jetzt leckt mich am Arsch. Ich kann selbst, wenn ich weiß, das Ganze ist vielleicht nicht ganz richtig, ich habe ein genaueres Messgerät, kann ich das sogar so ein bisschen kalibrieren und gerade machen. Ey, Alter, das ist richtig, richtig gut. Und hier haben wir auch Thresholds. Ich kann mich per Syslog oder per Mail, auch das habe ich für euch vorbereitet, also Monitoring, gucken wir uns gleich noch an, kann ich mich sogar animieren lassen, wenn halt eben irgendwelche Temperaturen das Ganze übersteigen. Zum Beispiel jetzt hier bei dem Outdoor-Ding, klar, wenn vielleicht mal die Sonne da drüber prügelt, 30 Leute gerade Wi-Fi Gas geben, könnte es vielleicht sein, dass die Kiste mal ein bisschen warm wird, kann ich mich halt irgendwie alarmieren lassen, ne? Das ist richtig, richtig gut. Mobile Device Management, da sehen wir gleich erst was. Ich habe ja gesagt, ich versuche jetzt gleich mal eben 20 Minuten lang hier mit meinen Endgeräten mal ein bisschen, mal ein bisschen da drauf zu geben, um zu sehen, was passiert, einfach mal was machen. Und dann gucken wir da gleich wieder auf die Schnelle rein. Statistiken, Stations nearby, das haben wir auch. Es schwankt natürlich so ein bisschen. Da sehen wir schon, wir haben ein paar Graphen, die einfach geil aussehen. Geil aussehende Graphen sind einfach geil. Ganz einfach. Policies, irgendwelche Regeln. Block Mobile Connections. Hatten Sie das schon mal gesehen? Ich kann einfach sagen, okay, ich verbiete Handys. Ah, gibt bestimmt immer Lösungen, das Ganze zu umschiffen auf Client-Seite. Aber trotzdem einfach hier einen Button zu sagen. Block Mobile Connections. Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Oder Block PC Connections. Nein, ich hätte am liebsten, dass ich einfach diese Apple Scheiße einfach nur ausblende. Kann ich irgendwo sagen, einfach ich will nur Apple ausblenden, diese iMacs. Immer kommen die Leute bei mir um die Ecke und sagen, ich habe ein Problem auf meinem Mac, verpiss dich mit deinem Mac. Zieleine, sage ich dazu nur. iPhones sind noch okay. Ja, System Maintenance. Ab hier kommt jetzt das, was Sie alle kennen. Config, Backup, User, Passwort, Admin, Passwort, Dime, Tate, SNMP. So das Standardzeug habe ich eingerichtet, damit wir uns das Ganze halt eben reinziehen können. Ja, natürlich, wir können über HTTP, Freigaben, bisschen SSH, Telnet-Server, Disable, Reset-Button. Okay, ja, das ist klar. In dem Falle, mein Access-Point hängt draußen. Mein Access-Points hängen vielleicht auch da, wo niemand ist, wo keinen interessiert. Ja, ergibt vielleicht Sinn. Kann ich sogar meinen Reset-Button disable. Gefährlich, wenn ich mich natürlich aussperre von den Kisten. Was mache ich denn dann? Auch eine gute Frage. Wenn ich mich jetzt hier von der Kiste mal aussperre, einfach netzwerkseitig nicht mehr rankomme und dann den Disable-Button habe, vielleicht hat darauf einer eine Antwort, das wäre auch noch interessant. Wenn ich den Button hier disable und ich komme an die Kiste nicht mehr ran, was mache ich denn dann? Mülleimer? Ich habe keine Ahnung. Gut, Reboot-System, Feinware-Upgrade habe ich eben schon mal gemacht. Seht ihr, aktuellste Version. Diagnostik. Da muss ich jetzt einmal sagen, da hat einmal ganz kurz Draytec Nachholbedarf irgendwie. Ich habe diesen Speedtest gemacht. Der Speedtest hat mir mittlerweile alles angezeigt. Eben war es mal 10 Mbit, dann war es 200 Mbit. Ganz irre. Also der hat mir schon alles Mögliche angezeigt, aber nichts, was irgendwie realistisch war, was irgendwie hier in meinem Netzwerk ist, mit Gigabit und nicht Gigabit. Aber alter, 21 Mbit und eben habe ich einen Test gemacht, dann waren auf einmal 180 Mbit. Jetzt sind es wieder nur 20, wahrscheinlich jetzt wieder nur 20 oder sowas. Also ganz strange, keine Ahnung. Jetzt dauerte Upload schon länger, jetzt haben wir hier 20 wieder. Ich habe keine Ahnung. Also das ist irgendwie ein bisschen strange. Traffic-Graf, ja. Einfach mal um zu sehen, über den Tag hinweg global, overall, overall, was passiert denn halt eben auf meinen Access Points? Glaubt mir. Ich mache das mittlerweile so, so gerne über mein Observeium. Einfach auf die Geräte und komm, wenn wir jetzt einmal dabei sind, können wir mal eben auf den Access Point gucken. Und ihr seht auch da, es ist einfach cool. Wir bekommen einfach über die Draytech-Geräte Informationen ohne Ende über SNMP. Das heißt, wenn wir die überwachen wollen, ey, wir haben alles. Wir können jeden einzelnen Port sehen, wir können jedes einzelne oder jede einzelne SSID sehen. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig, richtig gut. Wir haben mit Sicherheit auch wieder diesen typischen Error-Graf auf den Interfacen, wo ja, was ja völlig normal ist bei WLAN. Hier Errors, noch sehen wir nichts, sind ja keine Clients drin. Denn es ist auf WLAN, da haben wir ja immer wieder Collisions und Pakete kommen nicht an und so weiter. Das kann man immer so schön hier auf dem Observeium mit den Graphen dann sehen, dass so ein Access Point einfach mal Pakete resendet, weil sie einfach ja damaged angekommen sind. Gut, Traffic haben wir. Dann haben wir nochmal ein paar Statistiken irgendwie auf Textebene noch mal für 5. Hier der schöne Interferenzmonitor. Wer sich damit beschäftigen will, bitte gerne. Bitte gerne. Und als allerletztes ein bisschen Support. Oh Gott, Knowledge Base machen wir jetzt nicht auf. Aber ja, das muss ich auch sagen und auch da lobend erwähnen, die haben schon einige Anleitungen, wenn man einfach mal was sucht, die einfach auch mal beschrieben sind mit den Dingern. Wenn man einfach mal sich nicht zurecht weiß, worum geht es überhaupt, was kann ich da überhaupt einstellen, was ist das überhaupt, finde ich da einiges. Sogar auf der Draytech-Seite habe ich eben schon mal benutzt gehabt, wo ich mich zwei Meter eingelesen hatte in dieses ganze Central Access Point Management Getue. So, ich rede jetzt gar nicht weiter. Ich habe euch jetzt schon über 25 Minuten vollgesülzt. Ich werde jetzt hingehen, werde mal ein paar Geräte einfach mal verbinden. Ein, zwei, drei. Mal gucken, werde ich sehen. Und einfach mal ein bisschen Bambule machen und einfach mal sehen, was passiert und was wir dann hier in der Oberfläche sehen. Das zeige ich euch aber dann so ein bisschen gemerged. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. So, ich habe jetzt mal ein paar Geräte angeschlossen beziehungsweise auch mal ein bisschen Traffic verursacht. Aber wie gesagt, jetzt steht da oben noch Light. Wenn ich hier oben rechts bei Channel Load, wenn ich hingehe und ein paar Speedtests starte, steht da oben rechts auch Moderate. Also moderate Auslastung sozusagen meines Kanals. Aber, ich habe jetzt währenddessen wie ich gerade hier rede, läuft da hinten noch ein Notebook, wo jetzt gerade einfach Twitch läuft und da seht ihr jetzt auch so 4 Mbit pumpt der jetzt gerade ganz normal raus. Ist ja logisch. Ist ja Richtung, Empfangsrichtung, Richtung Notebook und deswegen pumpt der da gerade 4 Mbit in Richtung Notebook raus. Ihr seht auch da oben, wir hatten es eben schon gesagt, drei von 128 angeschlossen und glaub mir, wir sehen jetzt gleich richtig, richtig viel und dann hätte ich nicht gedacht, dass man wirklich so viele Infos kriegt und da muss ich wirklich sehr, sehr lobend erwähnen. Das ist einfach geil. Das sind jetzt die letzten zwei Stunden, das heißt, wir bekommen nach ein paar Stunden schon ein paar geile Graphen angezeigt und wir bekommen auch ein paar mehr Statistiken angezeigt, wenn wir jetzt noch mehr SSIDs haben, welche SSIDs sind denn wie ausgelastet und ganz unten sogar kann man die Top Talker, so nenne ich sie jetzt mal einfach sehen, wer verbraucht denn wie viel, wer ist denn wie angebunden über welche SSID und so weiter, das sehe ich alles schon auf dem Dashboard, aber viel interessanter wird das Ganze noch, wenn man immer tiefer reinschaut, jetzt hier zum Beispiel die Stationlist, kann ich das auch mal auf zwei Stunden runterschrauben, da sehe ich natürlich auch, okay, was ist wo, wie los, es wird echt gut, hier unten steht auch nochmal dasselbe, von wegen Linkspeed, wie ist er denn verbunden über welche SSID und ich kann die anklicken, dann bekommt ihr auf der rechten Seite, ich blende mal ganz kurz meine Kamera hier aus, dann bekommt ihr auf der rechten Seite über den Klienten, also über das Endgerät selber, nochmal ein paar Statistiken angezeigt, hier der Traffic Graph, die Airtime, Link Speed Graph, was für eine Geschwindigkeit, wo anhand, was auch immer der das misst oder ist es einfach nur die Speed, die die Kiste vielleicht mal verursacht hat, aber ihr bekommt extra sogar für das Endgerät sogar einen Graphen angezeigt und das ist schon ziemlich, ziemlich geil, auch hier mit Total Usage und so weiter, das ist schon cool, dass man sich das Ganze anzeigen lassen kann, guck mal hier, Blocklist, Whitelist, ich kann sogar Blocklist, Whitelisten führen im Endeffekt, wer darf sich verbinden, wer darf sich nicht verbinden und das Statistics verbirgt sich noch ein bisschen mehr, da muss ich jetzt gerade mal ganz kurz vorsichtig sagen, aber es ist aber zumindest gerade ein iOS Device angebunden, mein Handy ist zumindest angebunden und mein Laptop ist auch angebunden, das ist Windows, also das erkennt er jetzt gerade hier zumindest irgendwie mal nicht so wirklich, aber trotzdem egal, man kann es halt eben irgendwie sehen oder man könnte es wahrscheinlich sehen, ich sag es jetzt mal ohne Gewehr, dass das nicht funktionieren sollte, aber mein Handy ist iOS, das sollte er vielleicht irgendwie zumindest erkennen, naja, ist auch nicht schlimm, auf jeden Fall die ganzen Graphen hier, die aktualisieren sich auch, ich hatte gerade eben auch einfach mal, weil ich Spaß dran hatte, dieses Station Control aktiviert, aber ich vermute mal, da werden wir jetzt gerade nicht viel sehen, da gibt es einfach nur die UpTime und dann wird das Ganze wahrscheinlich mit die MAC-Adresse einfach für mich gesperrt werden, wenn meine zwei Stunden irgendwie wohl abgelaufen sind. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen weitergeklickt, nochmal auf diesen Interferenzmonitor, da tut sich auch immer was, aber da ist halt eben erstmal ganz wichtig, man muss das Ganze verstehen, was er halt eben Preis gibt und wie man das Ganze eben ja erstmal verarbeitet und wie man damit umgeht, was der halt eben einen gibt. Statistiken gibt es auch nochmal irgendwie mehr als genug, also zu den einzelnen Frequenzbereichen vom ganzen WLAN, es gibt natürlich nochmal einen Traffic Graph, gut, ich kann ihn jetzt hier nur auf Daily lassen und das war's, ich kann ihn natürlich auf einzelne SSIDs beschränken und und und. Also ich muss sagen, man entdeckt hier drin dann doch viel mehr als man wirklich erwartet, jetzt haben wir 8 MBit gerade laufen und wenn ich jetzt hier wieder auf 2 Stunden zurückgehe, dann sieht man auch, dass hier ein Graph irgendwie unterwegs ist und ich muss sagen, mir gefällt es, mir gefällt es wirklich, was ich hier sehe. Was ich euch zu guter Letzt natürlich nochmal zeigen wollte ist, und das habe ich auch irgendwo mittendrin nochmal gezeigt, gehabt, wir müssen uns jetzt hier extra nicht auf diesen Access Point, na, wo ist der Karton? Der Karton ist weg. Naja, auf diesen hier versteifen, wir haben genug Auswahl, ne? Wir haben auch mittlerweile WiFi 6 hier, also 802 11 AX, ganz normal da, Doodle Band, Access Points, WiFi 6, haben wir auch mittlerweile, die sind sogar verfügbar. Nicht wundern, ne? Aktuell ist Hardware teuer, nämlich wundern, hat die Teile halt eben mal so 150 bis 200 und wenn nicht sogar drüber eben kosten. Die Frage ist, die ihr euch stellen solltet, braucht ihr jetzt WiFi 6? Braucht ihr kein WiFi 6? Ansonsten haben wir hier im ganz normalen WiFi 5, sage ich jetzt einfach mal, noch mehr als genug Auswahl und ganz ehrlich, 912er wird ja wohl für euch ausreichen oder so ein 1000 C auch im Endeffekt. Ganz ehrlich, wer da mehr braucht, guck mal mal, 400 und 867, also wer da mehr braucht, der soll mir das Ganze erst mal erzählen, dass der wirklich mehr braucht und wir haben noch mal eine schöne Übersicht, die kann ich euch empfehlen und ich ziehe mal ganz kurz mein großes Fazit. Momentan würde ich sagen, von der internen Ansicht hier mit dieser ganzen GUI, was ich immer befürworte, ich weiß nicht wieso, aber ich befürworte das, weil ich kenne die Menschen da draußen, die brauchen das, die wollen das, ganz ehrlich, man bezahlt es ja schließlich auch irgendwo mit und ich muss sagen, hier komme ich endlich mal wieder auf meine Kosten von der Übersichtlichkeit her, von meinen Access Points ist das schon sehr nah an Unify dran, wo ich ja auch so geballte Informationen kriege, aber da nur, wenn ich dieses zentrale Router-Dream-Machine-Gedönse-Drecksding eben habe, hier kriege ich das einfach direkt aus meinem Access Point. Einfach mal gut. Ich werde mich jetzt damit beschäftigen, mal dieses Central Access Point Management zu machen, denn auch hier, ihr habt 20 Access Points, ein Problem, soll damit auch gehen, dass ihr die Profile einfach ausrollt über alle Access Points, die ihr anspricht, das geht nämlich auch und über den zentralen Vigo-Router lässt sich das Ganze auch nämlich nochmal managen, deswegen ganz wichtig, auch hierbei, ich sag's nochmal extra erwähnt, ihr braucht nicht unbedingt den Router und die Access Points, ihr könnt aber auch einfach fünf Access Points aufhängen, die miteinander reden, die miteinander arbeiten, ohne dass ihr einen Drehtag-Router habt. Ihr braucht kein Drehtag-Router, ihr könnt da hinterher immer noch eure schmuddelige Fritzbox haben oder keine Ahnung, was ihr halt eben alle habt, wir haben ja alle unterschiedliche Sachen, das geht halt eben auch so, man braucht es im Endeffekt nicht und das ist auch ganz ganz wichtig zu wissen, dass man nicht immer alle Gerätschaften braucht, wie bei Ubiquiti, na egal, lassen wir das ganze Thema. Mein Fazit ist erstmal, gefällt mir sehr sehr gut, wenn ihr an so ein Ding rankommt, loslegen, ihr braucht welche, mein Go habt ihr, Antennen mäßig und sonst was, ach ja, warum hab ich's auch nicht, Blogbericht kommt, da schreibe ich auf jeden Fall noch mehr dazu, mir gefällt's, ultra geil, das war's, haut rein, ciao. Untertitelung. BR 2018